Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiel ich mal wieder Ben! Mit dabei sind Louis und Paul. Abonniert auf jeden Fall Paul, der hat gerade neu angefangen mit Roblox-Videos. Überrascht ihn mal mit ein paar Abos. Ich bin echt gespannt, wie viel ihr kriegt, wenn ihr jetzt zu ihnen rüber geht. Aber erstmal, viel Spaß mit dem Video! Naja, in diesem Spiel geht's halt darum, wir müssen entkommen aus dem Haus und irgendwie ein wild gewordener Talking Ben jagt uns. Oh, warte, die liegen jetzt so fallen auf dem Boden. Das ist neu. Auf jeden Fall hier... Ey, nein, Ben, geh weg! Ey, Ben hat mich getötet. Ich hasse Ben. Nein, ich bin tot! Ich hab'n Schlüssel, ich hab'n Schlüssel. Yeah. Kann ich... Ja, du brauchst den richtigen Schlüssel. Du hast jetzt einen blauen Schlüssel. Wir spektaten dich erstmal, um dich zu coachen. Du hast den blauen Schlüssel, den musst du zum blauen Schloss bringen. Das blaue Schloss, ich hab' keine Ahnung, wo das ist. Ich hab' in der letzten Aufnahme die ganze Zeit nach den richtigen Schlössern gesucht, sie nie gefunden und wurde nur gecarried. Oh, pass auf das, Ben. Juni, wow, ja, Bruder. Ich weiß echt nicht, warum Ben auf einmal so gefährlich ist. In der letzten Aufnahme war der voll easy. Ja, revive 30 Robux. Wie seh' ich aus? Bin ich reich, oder was? Nee, nee, wir warten. Nee, komm, wir warten, dann können wir eine Runde mal von Anfang an spielen. Okay, ja, ja. Dann müssen wir halt ein bisschen abwarten. Also, ja, es gibt überall Schlüssel und Schlösser und wir müssen am Ende halt durch die Hauseingangstür rauskommen. Und dafür braucht man halt den beigen Schlüssel, den man irgendwo findet. Keine Ahnung. Guck mal, den hatte ich sogar in der Hand. Der liegt da unten in der Küche. Du hattest den beigen Schlüssel? Keine Ahnung, ob das der war. Da liegt ein Schlüssel hinter. Alter, du siehst übrigens ziemlich stark aus, Mann. Ja, Louis ist ein stärker Mann. No. Ich mag Ben. Wie gesagt. Aber erzähl mir mal was von Talking Ben. Ich hab' jetzt erst gemerkt, dass es den gibt. Das ist so eine App. Okay. Es gab auch diese Talking Tom. Das war so eine Katze. Und alle haben immer gesagt, ja, siehst du im Auge, da sieht man das und das. Der wird gefangen gehalten oder keine Ahnung was. Okay. Und dasselbe auch mit Talking Ben. Das ist so ein Hund, der sitzt auf irgendeiner Couch oder so. Und dann kannst du einfach so Fragen stellen. Der antwortet dann entweder mit Blö. Yes. Blö. Oder es bedeutet Blö. Keine Ahnung. Oder ha, ha, ha. Macht er auch immer. Ja, sowas. Cool. Yeah, ich hab die Obby geschafft. Ich auch. Aber ich glaub, ich muss die mehrfach schaffen. Gut, dann machen wir jetzt die Obby. Und das ist so ein altes Ding. Wie viel hat Jess gesagt? Er hat Jess gesagt. Aber wir haben gar keine Frage gestellt. Komm mal in die Mitte. Warte, ich komme. Ich muss nur die Obby vorher schaffen. Vor allem mit deinem Dinosaurier. Hey, komm. Ach ja, stimmt, man kann ja crouchen. Okay. Das sieht realistisch aus, Conny. Das sieht realistisch aus. O.M.G. Hallo, mein Junge. Wir infizieren dich. Komm auf den Boden. Was, Bruder? Okay, ich geh jetzt einmal auf Bens Stuhl. Ja, genau. Das ist dein Stuhl. Ja, ich will die Experience haben. Ich hab Screenshots gesehen. Und ich hab tatsächlich heute auf TikTok das erste Mal einen Clip gesehen, wo dieser Talking Ben im Hintergrund zu sehen war, aber der hat nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ich hab wahrscheinlich nur mehr drauf geachtet jetzt. Also, ich finde die Pop-Ups ein bisschen nervig. Ich geh an diese VIP-Tür und direkt so, jo, für 400 Robux kannst du jetzt VIP werden und hier reingehen. Wow, das ist ein cooler Raum. Das ist wohl wahr. Speed. Oh. Das ist cool. Nein. Ah, das ist jetzt alles meine Fläche. Alles meine Fläche. Schnell, 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 schnell. Please, 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 please. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ehrenlos. Ehrenlos. Er kommt doch immer wieder hoch. Ah, die Flächen kommen auch alle zurück. Dann ist ja alles cool. Hallo. Und was ist jetzt das Ziel hier, wann? Das Ziel ist, die Zeit rumzukriegen, bis die drei Minuten rum sind. Ja. Aber es ist doch schön, dass man in der Lobby ein paar Sachen machen kann. Ja, er ist jetzt auch am Crouchen, by the way. Nice. Oh, no place, you two. Aber diese zwei Minuten, die können jetzt auch langsamer rum sein. Und wir können hier irgendwie nicht voten. Es gibt Bot, es gibt Player und es gibt Infektion. Und ich bin mir sicher, bei Bot ist Ben ein Bot, bei Player ist Ben ein Player. Und bei Infektion, wenn man tot ist, wird man auch zu Ben. Infektion klingt ja nicht cool. Wir sind keine Bots. Na gut, wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots. Los, wähl auch. Komm, Paul. Vote auch für Bot. Let's go, Paul. Weil, ich weiß nicht, sind Bots schwerer als Player, weil... Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich schon schwerer sein könnte. Weil die Bots, die wissen ja auf jeden Fall, wo du bist. Die Spieler, also in meinem letzten Video, das ich gemacht habe, da konnte ich die Spieler mal so ein bisschen austrebbeln. Ich weiß nicht, ob das mit einem Bot so leicht geht. Aha, da hat jemand Alkohol konsumiert. Oh, jetzt ist bei mir aufgeploppt, dass ich Freunde einladen soll. Ja, das geht nicht mehr weg. Jetzt wird es schwer. Da war ich auch hinten gefangen. Okay, da will ich nicht hingehen. Ich darf nicht zu diesem Computer gehen. Wer will Ben sein? Das ist doch voll langweilig, Ben zu sein. Ja, eben. Vor allem extrem viel eingeschränkt. Ah, du Loser. Es gibt so Stellen, wo du Ben so richtig auf den Sack gehen kannst. Wenn du die Treppe hochläufst und das Geländer langt, dann gibt es hinten eine Stelle, wo kein Geländer ist. Du kannst da runterspringen, aber Ben nicht. Haha, du musst Ben sein. Ja, genau. Irgendwie blöd. Okay, Ben. Warte, wo kann ich das Spectator hier watch? Mal gucken, wie es gerade aussieht. Ben läuft herum. Oh, warte, ist da hinten die Tür schon offen? Oh ja. Aber das bedeutet, dass es doch irgendwelche Leute gibt, die dann da rauslaufen können. Ja, aber die es schon geschafft haben. Oh. Oh ja, okay. Scheinbar schon. Runde ist vorbei. Ja. York hat gewonnen. Gott, ich hasse 1, 2, 3, 4, äh, 1, 2, 3, 4, J. Der hat mich getötet. Ich auch. Hm. Ja, wie wär's denn mit dem Map House? Hm? Nein, ich will die, ich will die, ja. Oh nein, warte, wir müssen wieder voten. Wir müssen wieder voten. Schnell. Oh, 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 oh. Wir sind keine Bots, wir sind keine Bots, wir sind keine Bots. Ja. Ja, oh, Gott sei Dank. Das ist keine Bots. Please, Player. Nee, kein Player. Nee. Das Telefon klingelt. Da sitzt Ben. Oh mein Gott. Ben. Nein, wir müssen weg. War der Jumpscare. Okay, was ist denn? Das war jetzt sein Intro, oder was? Das war sein Intro, ja, Ben. Das ist ein Coin, ich hab ein Coin mir gegönnt. Oh, warte, da ist Ben. Da ist Ben. Der Tail, ich nehm jetzt, ja, du kannst bis zu 20 Coins sammeln, keine Ahnung, wofür man die dann später braucht. Warte. Das, also, okay, ich weiß, wo der blaue Schlüssel hin muss, aber der ist wahrscheinlich jetzt an einer anderen Stelle. Ja, natürlich. Ich hab nochmal, oh, nochmal Coins hier, Digga, aktiv. Es wär schon erstrebenswert zu wissen. Okay, ich hab Ben getasert. Ich lauf hoch. Please. Oha, oha, oha. Oha. Aber wo ist der Schlüssel, der Grünen? Oh, hier ist der Schlüssel. Bleib unten, ich bleib unten und lenk ihn ab mit, äh, keine Ahnung. Der ist bei mir. Irgendein Key. Ich hab, ich hab den blauen Schlüssel. Pace, wo bist du? Äh, warte. Hallo. Du bist da oben. Er hat jemanden gekillt. Er hat jemanden gekillt. Ich kann nicht, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt vorbeigehen sollte. Komm mal mit. Ja, ich komme. Du kannst hier durchkrabbeln durch den Ding, durch den Vent. Oh Gott, der ist so nah. Warte, hast, bist du hinter mir? Ja, ich hab den blauen Schlüssel. Und der eine ist hinter uns. So nah und doch so fern. Die da war eigentlich zu. Oh, na gut, dann war der blaue Schlüssel auch deswegen dort. Hey, wofür brauch ich den schwarzen Schlüssel? Ich hab einen schwarzen Schlüssel. Der schwar, keine Ahnung, schwarzes Schloss hab ich auch nie gefunden. Wahrscheinlich hier hinten. Hier ist, hier ist gelb. Warte. Hier wäre gelb. Ne, hier ist rot. Und hier ist diese Waschküche. Ich guck mal hier rein. Das ist die Fusebox. Ich hab einen braunen Schlüssel. Ah, Ben! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann hier chargen. Ja, genau, aber wenn du chargst, dann hat der Taser halt nur eine weitere Ladung, um dich vor Ben zu verteidigen. Den Taser find ich irgendwie nicht so cool, weil ich find's lustiger, Ben auszulaufen. Wie, wie kann ich mit ihm schießen? Der muss gecharged sein. Du hast wahrscheinlich schon geschossen, weil ich hab grad ein Zzzz gehört. Ah! Ja, wir warten hier, wir warten hier. Wenn Ben kommt, wartet, wartet, wenn Ben... Oh, schade, Ben kommt nicht. Wenn Ben kommt, dann... Oh, Ben ist jetzt bei mir, ja. Roblox Paul. Ah! Wow! Oh, die Chagos. Die Chagos. Lauf da einfach oben und dann warte, bis er... Okay, Ben kommt hoch, Ben kommt hoch. Ben ist halt ein Bot, ne? Der Bot kann sich nicht wirklich entscheiden. Ja, der ist gerade ein bisschen so... Der ist auch so... Aber weiß jemand von euch, wo der braune oder das schwarze Schloss ist? Wie kann ich meinen Taser wegwerfen? Hop! Hä? 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 Weiß jemand, wie man den Taser droht? Du kannst den Taser nicht wegwerfen, du musst halt andere Sachen aufheben stattdessen. Ah, okay, okay, okay. Dann ist er automatisch weg. Oh, warte mal, hier hat jemand schon die Garage aufgemacht. Alter, da kann man hier reinkrabeln. Hallo? Ben, jetzt lass mich in Ruhe. Ich seh nichts. Lass mich in Ruhe, Ben. Ich hab ein bisschen schwierig. Ah, okay. Oh, oh, oh. Okay. Hier ist ein weißes Schloss. Okay, ich brauch einen weißen Schlüssel brauchen wir hier. Ben, lass mich in Ruhe, hab ich gesagt. Hallo? Hallo? Ich hab jedenfalls bei Spendys in 6.1. Oh, mein Gott, Ben. Ah! Juni, juck. Warte, das war kein weißer Schlüssel. Weiß jemand von euch, wo der weiße Schlüssel ist? Oh, da unten, da hat jemand... 1, 2, 3, 4 ist so ein Profi, der hat uns letzte Runde gekillt, der carried gerade die ganze Runde. Okay, der hat aufgemacht und hat jetzt einen gelben Schlüssel. Hier ist ein silberner Schlüssel. Ja, den brauchte man für dieses Tor eben. Okay, warte mal, es gibt einen Keller? Hä? Wo? Wieso, wieso ist er nicht... Oh, oh, oh. Leute, da brauch ich bestimmt nicht mehr als Schlüssel, oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich wusste gar nicht, dass es einen Keller gibt, ich bin jetzt draußen im Garten. Ich auch. Hallo, Anton. Oh, der Hammer, der ist wichtig, damit kann ich die Tür erstmal entbarikalieren. Hier durch diesen Autoraum, das ist der Autoraum. Aber hier braucht man keinen Schlüssel, ne? Den schwarzen Schlüssel brauchst du nicht mehr, aber nimm mal den türkisen mit, den grünen mit, weil ich nicht weiß, ob wir den noch brauchen. Den schwarzen haben wir schon benutzt. Ja, zum Glück haben wir diesen einen Profi in unserer Runde, der weiß, wo die Schlüssel liegen. Was ist mit dem Schlüssel hier? Was ist mit dem Schlüssel hier? Den brauchten wir auch nicht mehr, den haben wir schon. Okay. Ich hab das Gefühl, wir haben die Tür aber bald, oder? Y, T, D. Und? Okay, 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 wir haben's fast. Wir brauchen nur noch den beigen Schlüssel. Oh, jemand hat den beigen Schlüssel, jemand hat geöffnet. Okay, lauf zur Tür, Leute, lauf zur Tür. Pace, wo bist du? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Roblox, Paul, komm schnell raus. Ich bin draußen. Ich glaub, wir haben viel zu gut gespielt. Der Bot war, glaub ich, viel zu schlecht. Let's check on Tom. Wer ist eigentlich Tom? Keine Ahnung. Tom, ich hab auf jeden Fall einen Transpound. Tom Body Talking Cat. Okay. Es gibt auch noch diese Frau, weil wir die heißt keiner. Wir haben das jetzt easy gemeistert hier. Dann können wir sagen, jetzt kommen wir mal Infektion spielen. Ja. Ich hab keine Angst vor Infektion. Ich bin ein Gewinner. Und hier gibt es jemanden auf dem Leaderboard mit 1,8,7 Wins. Loco Dollars Gatos 1. Wow, ich sehe. Siehst du? Ich sehe. Du bist so viel größer als ich. Jetzt kommt wieder das epische Intro. Ben. Warte, noch nicht? Kein Kassum. Ben. Danke, Ben. Das ist so geil. Aber noch Ben. Los geht's. Okay, hier braucht man dann immer den... Oh, jetzt hab ich meine Ladung schon verbraucht. Oh, Ben ist gespawnt. Ah. Ah, Ben ist glaub... Ja, wir spielen in den Faction. Ben ist offensichtlich ein Spieler. Ich lade kurz meinen Taser auf. Oh, Ben ist auf jeden Fall aggro auf mich. Aha. Ja. Ja, der meint's ernst. Der Streetser. Ich schwöre. Ich hab Ben jetzt getasert. Oh, warte, hier liegen Fallen. Ben kann Fallen legen. Alle Weiber schreien Mark und Sven am Start und sich wieder vereinst. Spam to escape, please. Oh, Gott. Was ist los? Ah. Oh, Gott. Oh. Ben, nein. Die Fallen sind schlimm. Warum hat der Bot keine Fallen gelegt? Okay. Aber Ben. Oh mein Gott, Ben. Du bist so schlecht, Ben. Das sind zwei Bands. Ja, Infektion. Wenn jemand erwischt wird, wird auch zu pennen. Oh nein. Lauf nicht in die Fallen rein. Die sind gefährlich. Ah, es sind drei Bands. Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen Schwarzen. Wo kommt der hin? Weißt du's? Der Schwarze, der kommt, der kommt. Oh, den hatten wir schon, den Schwarzen hatten wir schon. Echt? Oh nein. Nein. Ich steck fest. Nein. Ich komm endlich wieder raus. Wir haben verloren. Ja, ich glaube, das ist echt. Kann ich watchen? Nein. Nein, aber. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich versuch jetzt. Nein, es gibt keine Chance. Ich bin umzingelt. Es gibt vielleicht noch einen Ausgang und da steht Ben. Ich hab eine Tür aufbekommen, aber die sind. Ich weiß nicht, wie jemand schlägt. Nein, nein, nein. Ach, schlecht. Gut. Nein, wieso haben die da... Okay, ich versuch jetzt rauszugehen, aber ich wette, die erwischen mich. Oh. Oh. Einmal. 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 Oh nein, warum ist Ben dort? Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du hast alle Bands ausgedribbelt. Wie schlecht. Wie schlecht. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist vorbei. Weißt du, wer schuld ist? Der, der sich am Anfang erwischen lassen hat. Ja, das ist halt echt so. Ja. Ja, das ist halt echt so. Oh Mann. Okay. Warte, du hast die Laundry aufgemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welchen Schlüssel wir als nächstes brauchen. Ich verbrauche den braunen bestimmt. Ah. Nausen. Ben. Ehre. Hab Ehre. Ab Ehre. Ab Ehre. Nein. Nausen haben wir nie aufgestoppen. Doch, ich werde jetzt geraten. Nein. Nein. Jetzt schnappen wir sie uns. Wo ist der Letzte? Ja, einer ist noch irgendwie hier. Der ist da. Äh. Okay. Das war's. Okay, Infection ist, glaube ich, ein bisschen zu schwer. Aber Infection ist, glaube ich, genau der richtige Modus, wenn wir wissen, in welcher Reihenfolge was zu erledigen ist. Oh, das wissen wir halt nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal mit Player. Noch eine Runde? Natürlich noch eine Runde. Ich muss noch eine mit Player machen. Ich bin eben erst aufgestanden. Ho, ho, ho. Ewiges Intro. Ben. Ben. Und los geht's. Stell dir vor, du bist Ben. Imagine. Okay, wo ist der erste Schlüssel immer zu finden? Oh Gott, Ben ist direkt vor mir gespawnt. Wer ist Ben? Wer ist eigentlich Ben? Also ich nicht. Ben ist eine Katze. Louis, bist du Ben? Äh, was? Hä? Warum bist du tot? Weil, weil, hä? Der war, literally, der war bei mir noch gar nicht sichtbar und auf einmal steht er direkt in mir drin so ungefähr. Oh, Ben ist scheinbar gefährlich. Ich bin auch gerade noch eingesperrt von Ben. Ahaha, Uno Place wollte zu mir kommen und ist jetzt in Bens Falle getappt. Das ist meine Chance rauszugehen. Das ist einfach eine Angsthase. Ich bin tot, ey. Was ist das? Black, Pink Player. Pink Player. True, 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 true. Okay. Wo sind die Schlüssel, die wir brauchen? Also in dem Raum ist nix. Unten liegt ein schwarzer Schlüssel, wo ich gestorben bin. Ein schwarzer Schlüssel. Der schwarze Schlüssel ist ja für... Den Raum, okay. Wo du gestorben bist. Dann komm. Nein. Nein. Warum muss man noch so viel spammen? Nein. Ah. Das Spammen ist zu anstrengend. Wirklich. Das mache ich meine Tastatur kaputt. Es gibt nur noch einen. Okay, der Ben ist zu gut. Warte, wer spielt Ben? Valgarius. Ich hasse dich, Valgarius. Urs Mann. Jetzt musst du das aber mal carry. Da unten ist das Schloss. Jetzt machst du es auf. Also da hinten, wo Ben ist. Ja, der kämpft da. Ja, Sache ist, wenn er runterspringt, könnte er in... Ja, genau das. Genau das. Nimm den Taser, Taser, Ben weg. Ah ne, der hat keine Charge mehr, weil ich die eben verballert habe. Och man, Conny. Och man. Ja, und jetzt hat er den Schlüssel nicht mehr, den er hier hätte brauchen können. Oh. Oh, schade. Peinlich. Ich glaube, es reicht einfach nur, Ben zu berühren, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in meinem ersten Video zweimal an Ben knapp vorbeigesprungen. Aber, Louis, du möchtest ja dann auch deinen Morgen genießen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, abonniert meinen Kanal, abonniert auch Roblox Paul. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.